Gleich Gleich Flug gleich Flug gleich Gleich So Ich gehe Oder auch noch Ja es ist halt das nicht das beste Spiel Ich glaube auch irgendwann macht Spock Und irgendwann macht Spock Und das ist so schön voll Meine Reserven sind leer Ist gut Alles Gleich Gleich Rennst du irgendwo noch irgendwo scheiß rum ne Alles Spiel hat schon ganz lustig und so Wir werden nur sehen wie das hier entwickelt wenn ihr am Schluss irgendwann sagt äh spiel langweilig so bla 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 oder fleisch quatschen mir du alte Pottkuh oder du alter scheiß auf mach mal was gescheitst schreibt mir in die kommentare oder schreibt es mir auf facebook bei www.facebook.de slash fordance guys lp ich sage ja ziel ich muss ehrlich sagen die wohnung sieht ziemlich verkackt aus und ich glaube so brennt noch irgendwo was ich habe erst einen sicherheitsmann geflutzt oder mach das mal hier auf aufhaltung macht man hier auf hier voll die sicherheitsmann vergessen ich vielleicht ist ja auch schon tot ich weiß das jetzt nicht so genau wenn wir das gleich herausfinden alle hier mit voll freigezeichen in der fresse haben nichts mehr zu tun dann wollen sich ihres lebens und kacken in der runde um die hier wurde wieder gefotzt so oder nehmen wir auch mal mit hier die kann ablässchen ablässchen springen auf vorgabe auf verkauf auf vorgabe auf vorgabe ich habe auch noch auszulösen auf verkauf verkauft neuer alter 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 holger das ist jetzt ganz und cool er das die Welt ist nicht und da ist es schon viel durch sein und schon viel zu viel zu langer aber das ist natürlich die Beleidigungsbögen über Justin Bieber haben wir übrig gelassen wie ihr seht so ganze drei Regale voll mit Sachen die er einfach nicht kann übrigens das ganze Regal hier vorne das große dicke Fettige das doppelte geht auch über das er nicht singen kann ja das ist schön für dich ein der Höhenretter ist vordern gekommen weil klar dass es weiter geht es brennt auch noch in der Produktion ständig na toll die Karoli es dauert mir aber zu lange kann ich da irgendwie speichern speichern wenn wir jetzt flash und dann machen wir jetzt Pause ich gehe ins Bett ihr hoffentlich auch und wir sehen uns beim Explore Fire Department wieder ich bin mal gespannt wie das Spiel entwickelt wird die 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 ich kann diesen Punkt nicht erreichen ich kann diesen Punkt nicht erreichen ich kann diesen Punkt nicht erreichen gut los geht's los geht's ich gehe los geht's 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 los livros los geht's los geht's los geht's los geht's los geht's los gal son tenths тысяч los geht's los geht's los geht's los geht's los 5 Trekkt Имmerung los geht's los geht's los geht's los 4 implantes examined es geht's los 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 vajações mitos lachentrucks die chilフarece ihn demnastrucks dientrunde sweigen die찬 zu er broker auf das vorherse Ja! Los geht's. Okay. Los geht's. Okay. Ich gehe. Okay. Ich gehe. Ich gehe. Los geht's. Ich gehe. Gehe! 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 Ihr technischer Leiter hat eine noch nicht explodierte Brandstatt entschärft. Bis gleich! Ich muss aufgewickelt werden! Gleich! Gleich! Gut! Gleich! Gehe! Gehe! Okay, gut! Gleich! Gehe! 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 Es ist okay. Es ist okay. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Es ist okay. Es ist gut. Ich gehe. Wir sind weiter. Auf. Okay. Okay. Wir haben die Stromversorgung unterbrochen. Ja, ich glaube, das war eine gute Idee. Hier brennt die ganze Scheiße. Ich glaube, es ist nicht. Ich glaube, es ist nicht mehr. Ihr drei. Auch mit dem Verzeugenfahrzeug. Und ihr beiden Löschner-Mann. Also, das Spiel ist echt komplexer, als ich gedacht habe. Ich habe auch gedacht, oh, so einfaches Spiel kann ein bisschen angeben. Bla, bla. Ja, von wegen. Gleich. Gleich. Kann ich meinen eigenen Schiff rüberfahren? Nö, ich kann mir gar nicht vorbei. So, die stehen dann wieder hier rum. Ich kann dann mal mitlöschen. So, löschen. Ich kann diesen Punkt nicht erreichen. Gut. Ich kann diesen Punkt nicht erreichen. Ich kann diesen Punkt nicht erreichen. Gut. Gleich. Ich kann diesen Punkt nicht erreichen. Okay. Okay. Die ist auch schon halb tot. Gut. Die Sekretärin ist gerettet. Sie ist eine Hauptzeugin in dieser Sache. Ich bin glaube ich jetzt nicht fertig mit dem Fall. Okay. Und zwar in Sicherheit. Hab ich jetzt endlich mal geschafft? Ein�� nur irgendwo. Info. Löschen die das Feuer, dasexpensiveermaschinen sind und einer der recht sind. Yeah. Ich bin fertig. Ich habe es geschafft. Hat aber echt lange gedauert. so egal wie dem da und eine zweite zahl der opfer alle verletzten ihrer männer feld 30 fahrzeugen 0 0 schweren das war das 87er haben wir voll verkackt zahlrecken weil sie drei zahlen ist doch super der tritt ein feuer in einer bank bei allen sicherheitsverkehrungen das ist eher die ausnahme und wenn es sich während ihrer fall erreiten die bankreiber als feuerwehrmänner verkleidete flammen überrascht werden dann ist einsatz an die kommen machen wieder einundzwanzig der juli 8 30 die international development bank wurde das ziel eines gewalttätigen angriffs mit schweren waffen für alle zeugen sieht es nach einem attentat aus ohne ihr fahrzeug zu verlassen haben die angreifer den eingang des gebäudes mit brandgranaten zerstört ein geschoss hat sogar die bank durchquert und einen großen teil der halle fahrzeug zu verlassen aber gut das hatten wir schon irgendwie wir werden es sind bei mir und du ja blablabla und ihr werdet Das ist schon.